So, und wir kommen zurück zu Uncharted, Artis End. Und, ja, wir müssen jetzt die Brücke runterlassen. Hoch, nein, 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 das bricht doch. Nicht gegen die Wand springen, Nathan. Das tut weh. Da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst da super, Junge. Ja, ich tippe hier mit die... Die Fingerbund. Oh, oh. Stürb, ihr Idioten. Oh, ups. Du schießt jemand doch nicht. Oh, es ist laut. Ey, ich fühl mich selber nicht. Ey, wer ist denn da? Oh, oh. Gegen die oder was? What? Ich hab zu dir noch fremden, ey. Ich kann hier ... ... doch, hurry. Oh, oh. Let's join the next. Ey, da mit dir. Boah, ich liebe das Schwingle, das macht doch Spaß! Nein, komm! Nein, lass mich! Ich sterbe, ich sterbe! Oh mein Gott, das war knapp! Ey! Hey, der hat mich geboxt! Arschloch! Ich raste immer so aus, wenn ich sterbe! Manu, ich war voll gut in Ferd! Ich darf mich verarschen! Wir sind hier drüben! Jaaa, das sind... Der Kerl ist am Ende! Scheiße, das ist noch mehr! Da ist ein Kreis! We Protest auf! Z notifications auf! Wo helper wieder drüben! Die Teils sind auf! Hey! Okay! Wow! Scheiße! Action! Das ist klar. Das hat voll Spaß gemacht, abgesehen davon, dass ich gestorben bin. Die Musik war richtig geil gerade. Los, Nathan! Los, Nathan! Los, Nathan! Du schaffst das! Ja, du schaffst das. Ja, du schaffst das. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Das glaube ich auch. Ach, nein, nein, nein. Achso. Ups. Da ist ne Klippe oder so. Ich fahr jetzt runter, dachte ich. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Scheint wohl nicht so. Wollen ja, dass wir hier alle abstürzen. So wie Nave fährt. Oh, steckfest. So, 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 so. Oh, ich weiß nicht, was ich zu machen habe. Aber jetzt geh ich mich umsehen. Ich seh mich mal um. Wie viel schuldest du, Alcazar, eigentlich genau? Ah ne, ich kann das ja schon mal nach oben nehmen. Ah, die Hälfte? Die Hälfte wovon? Na ja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, ist ein viel größerer Schatz im Spiel. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt seinen Partner nie, wie viel ein Job wirklich hat. Wir waren nicht davon ausgegangen, wenn Partner zu werden. Okay, hier ist nichts. Man kann ja direkt einfach gleich wieder runter rutschen. Wow. Erstmal über Sally rüberspringen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach was ich kann. Sammy, halte dich! Ach du Kacke. Ja, ich mach doch schon. Das ging nicht so schnell hier. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Langsam, Junge, langsam. Nein, schneller, schneller. Geschafft. Das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauch jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werd ich damit anfangen. Kommt schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Joa, das hab ich gesehen. Wir sind ja fast abgestürzt, aber das war ja auch gar nicht. Okay, haltet euch gut fest. Oh. Oh mein Gott. Das ist ja fast, wir sind fast abgestürzt. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Ich glaub, hier kommen wir nicht weiter. Ja. Okay, hier komm ich nicht weiter, da musst du wahrscheinlich dann da oben rein oder so. Ich will irgendwie zur Seite. Dankeschön. Ja. Vielleicht ist das hier ein Schatz. Was ist das? Das sind Kisten. Bestimmt ist das ein Schatz für mich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da ist das ein Schatz für mich. Das ist echt stark und dann irgendwie wieder gar nicht. Da muss man echt suchen gehen. Nein, warte, ich will zurück. Oh. Ich will noch nicht nach unten. Ich will mich noch kurz unsingen. Danke. Hier hat's ja auch geleuchtet. Hier kommen wir nicht rein. Die laufen mir hinterher wie so zwei Hunde. Das gefällt mir. Hihi. Was passiert, wenn ich das mache? Achso, ich kann nicht schießen. Doch, wieso? Doch, jetzt. Oh, gar nichts. Wie langweilig. Ich glaub, da geht jetzt alles kaputt oder so. Schade. Okay, das hat auch nichts gebracht. Komplett baller, baller. Yeah. Ich bin baller, baller. Aha. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja? Auf geht's. Achso. Na, nicht erst gegen den Schrank, sondern gegen die Bande. Okay, sehen wir uns um. Da, 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 da. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Da machst du rein. Komm, sag doch Achtung. Wie, sag doch, wo ist der Bande? Ich, sag doch, da, 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 da. Wenn das Ganze noch nicht mehr so ist, dann. Ich, sag doch, da, 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 da. �만im. mal helfen. Sein armer Bruder. Okay, hier ist nichts. Kann ich direkt runter. Hey, wartet auf mich. Hey, wo ist denn Victor? Victor ist weg. Ah, da hinter mir. Aber Sam tut ja schon so, als hätte er einen Schatz gefunden, aber da sind wir gerade drin. Langsam, Junge, langsam. Ich gucke mich wie immer erst mal um. Okay, hier ist nichts. Vielleicht auf der anderen Seite. Ach, ich glaube, ich werde es niemals hinkriegen, alle Schätze zu finden. Ja, okay, manchmal bin ich halt schon einfach so durchgelaufen. Aber auch nur, weil es gerade so richtig spannend war, dann wollte ich es ja nicht suchen. Aber da bin ich ja dann auch selber schuld. Thomas II. Und das ist, ähm... Das ist Adam Baldrige, das, äh, Joseph Farrow und das Richard Wand. Hm. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du ne Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht... Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Armen diesmals genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Oh. Dieses Kommentar, ey. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist deine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Knight. Genie. Ah. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Haha, das sind zwölf Türme. Hey, Victor. Hm. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Oh. Runter! Jetzt haben wir sie! Na, scheiße! In Hinterhalt! Ich bin dran! Was sind die denn? Ich hab ihn gesehen! 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 Oh, da! Ich hab ihn gesehen! Oh, da! Lauf die! Denn da! Wo werdet? Oh! Au! Ich wollt doch gar nicht da ran. Oh, wow, 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 wow. Ich sterbe gleich! Da war einer. Verdammt nicht. Aua! Nicht nachlassen, wir sitzen fest! Stirb man, stirb! Wow, das war knapp. Echt? Ich hab keinen Bock zu sterben. Ich glaub, das war's. Wir waren das alle. Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, ja, alles gut. Tim! Ja, hier drüben! Der ist schon wieder am Rum... Äh, Dingsen. Mach's noch nie. Ja, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Zeig mal her. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Ja, das stimmt. Na, das stimmt. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein, 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 nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Ja, toll, also auf. Wenn du auf diese Schorlein klaust, triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Aber ich kann ja nicht mehr verstehen. Da will ich nicht, dass dein Bruder jetzt geht. Aber da kann man ja auch nichts machen. Wir müssen ja schnell das Geld finden, also den Schatz finden. Okay, da ist unser Turm. Brauchst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre folgt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Braucht ihr Hilfe? Also ich kenne mich zwar nicht damit aus, aber vielleicht kriege ich ja dann ein Ding ins... Ich vergesse immer, wie das heißt, äh... Mh... Nein, kein Event. Dieses Ding zum Freischalten. Ich habe schon wieder vergessen, was das heißt. Okay, auf geht's. Oder willst du noch mit mir reden? Hm? Nein? Okay. Dann können wir ja jetzt gehen. Ich gucke erstmal hier rein. Ja, lass dich doch mal duchen. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Könnte schlimmer sein, zum Beispiel Astotzka. erinnere mich nicht an schatz gesehen ich helfe nein entschuldigt ich habe lange nicht gefiltert alles gut hast du gesehen wie sie geguckt hat du halluzinierst das hatte ich ja schon wieder am rumflaten auch gut Hallöchen an denjenigen der dazu gekommen ist was kann ich denn noch machen was kann ich denn noch machen Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nur 1500 Ariari! Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit! Empfehlen Sie mich! Guten Appetit! Ja... Nee, scheint nicht so, als würde ich hier noch irgendwas machen... Oh, lecker! Hühnchen! Doch, da! Der Affe! Der Lemur, glaube ich, heißt das. Der hat mein Apfel geklaut! Mein Apfel! Ja, das wäre doch teuer, ein Hund für mich, hm? Hm? Oh man, hier riecht etwas wirklich gut! Hm, er hat recht! Das riecht gut! Oh! Lass mich mal durch! Ich höre gerade irgendwie ein bisschen fest! Vorsicht! Ah... Bestimmt muss ich da lang, aber ich gucke nochmal nach, ob die Tür auch so aufgeht... ... Natürlich nicht! Ah ja, klar! Verschlossen! Wir müssen irgendwie reinschleichen! Dich kriegt! Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully! Ah! Dann schleichen wir mal! Hä? Wieso springt er denn da runter? Was war das? Hallo? Ich wollte da schleichen! Mann, oh! Normalerweise müsste er sich dann aber auch nochmal an der Kante festhalten! Nein! Der läuft ja mal runter und stirbt! Auch gut! Hallo? Hä? Ist der Fernseher jetzt ausgegangen? Hallo? Kapier ich jetzt nicht! Hä? Irgendwas stimmt nicht! Loll! Das Spiel ist irgendwie abgekackt! Und es hat nicht gespeichert! Toll! Ich bin gleich wieder da! Nichts! lengths! Hinten!